Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play MT.. Nein, nicht MTA, APP Reloaded Fail. Ähm, ja, wieder mit mir, dem Mr. Swisszucker und dem Martin, hallo! Hallo! Äh, Belohnungspaket? Ja, so eine Tröte und einen lustigen Hut. Party Blower, Party Head. Nehmen. Was hast du genommen? Den, den, das Kopftuch Dingens. Achso, warte, guck mal. Wann das Eis rüsten kann ich das so? Ich muss mir nachher, noch vorhin kurz neue Waffen kaufen. Ich hab Eid geleistet. Ich hab mir die Obier geholt, das... Use a Mailbox. Jetzt nervt es die ganze Zeit, Mann. Ja, halt die Fresse! Ähm, ich hab mir hier die Obier... Dein Ernst. Ich hab mir das, die Obier geholt, das ist hier so... Ähm, so, na... Sniper? Maschinengebäude! Alter, hör auf zu piepsen, es nervt! Jetzt krieg ich bestimmt... Oh, Use a Vehiclespawner! Drive! Jetzt kommt wahrscheinlich noch irgendwie, äh, start the engine! Nein! Nein, nein! Fahre 500 Meter! So, doch nicht! Okay! Okay, warte! Dann bimmelt das gleich nochmal! Ähm... Bäm! Geh aus dem Weg! Ist dumm geparkt! Ja! So! Junge! Den hat's zerbrezelt! Ich würd sagen, wir starten ne Mission, oder? Ja, das können wir tun! Ähm, mit K ist das gewesen, oder? Ja! Oh! Code ready! K drücken! Hui! Äh, wir sind ein krimineller mehr als ein Cop! Hä? Okay! Also wir haben... Äh, oh, das bist gar nicht du! Äh, wir haben kriminellen mehr auf dem Server als Cops! Okay! Bäm! Volle gebrezelt! Verpiss dich, du scheiß Bäm! Ja, weil mein Alter pest ist! Du sollst nicht blinken, du sollst reparieren! Moin! Ähm... Wait for enemies! Ja, natürlich ist das voll! Start der Mission! Hoi! Start der Mission! Holy fuck, Alter! Das geht langsam auf den Nerv! Oh, sorry! Äh, Verstärkung anfordernd, jetzt krieg ich dafür bestimmt gleich noch in... Nobelpreis! Du hast eine Verstärkung angefangen! Open a door! Bad! Na gut! Ja, fahr du halt da lang! Ja, ich kann's! Hmhm! Irgendwie nicht, ne? Oh! Oh shit! Da kommt er! Ah doch, hier bewachen! Das Auto bewachen! Okay! Ein goldenen und ein silben! Ja, hier kommt einer! Okay! Hab ich geglaubt! Dachte ich zu glauben! Dachte ich tut ihn tun! Sag mir, wenn er reinkommt, ich klettere mal hier... Das ist der Silberne! So flink wie ich bin! Holy crap! Und da haben sie uns da auch, oder wie? Ja, der goldene! Teamarbeit! Toll, ein anderer macht's! Die Granate war fail! Killassist! Da unten ist noch einer! Ich lad mal kurz nach! Hm! Ja, das ist der goldene, soviel ich weiss! Ja! Alter! Geh drauf! Danke! Jetzt müssen wir irgendwo anders bewachen übrigens! Haben sie es geschafft? Nein, weil sie das Auto zerstört haben! Äh... Lol! Ich könnte jetzt viel schneller runterklettern! Hast du F gedrückt, oder wie? Nein! You failed! Äh, nein, haben wir nicht! Okay! Also doch, um an die Leiter heranzukommen, glaube ich! Okay, es gibt nur noch eine Taste, dass man das so rauskommt! Nein, jetzt haben wir noch mehr Gegner! Hm! Ich fordere mal Verstärkung an! Äh, ich bin schon da! Uh, ein K... Ein Wagenklauen mit F! Oh, hier, hier, hier! Oh, fuck! Die Granate liegt hier! Wir sind zu zweit! I'm dead! So gut wie! I'm down! You saved my ass, bro! No problem! Alter, ich will wieder farbig sehen! Wer hat die Musik angelassen? Oh! Ja, die Musik auch ich! Voll traurig! So, Minecraft ähnlich! Fast! Dein Ernst! Ja, Alter, die bekommen alles Goldene! Hm! Typisch APB! Ja, Matchmaking for the win! Eigentlich müsste ich mich irgendwo auf eine Anhöhe verschanzen! Wäre schlau, Jan! Ich versuche mal irgendwie auf ein Dach zu kommen! Versucht ihr da vorne nicht alles zu verlieren! Ich suche in der Zeit mal eine Leiter! Boah, hier ist die Hölle los! Boah, hier ist die Hölle los! Meine Fresse! BAM! In your face! Eigentlich in die Eier, aber auch wurscht! Fast kein Unterschied! Oh, wir haben auch 3 Goldene bekommen! Oh! Nice! What?! Nein, 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 nein! Aus! Seit wann gehen die Kisten kaputt? Was für Kisten? Ja, ich hab mich... Ich hab mich grad hinter so'n... So'n Stapel Ballette gecroucht, um in Deckung zu gehen und plötzlich war die... War das... Waren die Dinger kaputt! Okay! Hm! Glaub ich neu, soviel ich weiß! Ja, komm, das... Das kriegen wir noch! Nein, sie kriegen's! Fuck it! Ja! Ja, sie haben's bekommen! Immer in den letzten Sekunden! Meine Fresse! Könnt ihr heute noch drauf gehen? Hm. So, warte. Ich gucke mal, wo der Punkt ist und versuche irgendwie von... hier zu snipern. Wie gesagt, ich versuch's. Ich bin nicht der beste Sniper, der in die Welt je gesehen hat. Aber fast! Nein! Überhaupt nicht! Okay! Warte, ich werde failen! Hier oben mal! That's what I told you! Guck mal, hier! So'n... So'n Stapel Ballette... Siehst du, wo ich stehe? Ja! Hier! Hier vor mir hat ja so'n Stapel Ballette oder wie man den auch immer sagt. Und die sind vorhin kaputt gegangen. Okay. Hab ich noch nie bemerkt, dass die kaputt gehen können, aber hey. Vielleicht haben wir ein neues Future enttackt. Das kann gut möglich sein. Ja, ist es auch. Hm. Badass over here! Oh! Da ist jemand! Ja, hab sie! Wow! Das war eine... Das hat geknallt! We... Ja, das ist aber unser! Gott sei Dank, sonst wär ich tot! Ja, ich bin gestorben wegen hier. Hm. Hm. Sachen passieren. Ja, die... Die ist irgendwie ein paar Zentimeter über meinem Kopf drüber geballert. Ja, ich schieß in... ne... ne Mauer rein. Super. Best Idee ever! Best Idee ever! Achtung, Auto! Ja, hab ich bemerkt! Hab ihn! Hinten ist einer! Ich bin gleich tot! Komm, Alter! Hau noch mal eine Granate drauf! Oder ein RPG oder whatever! Damit doch der Typ weg ist! Danke! Danke! Boom! Boah! Das hat gefetzt, Alter! Ja! Oh, da ist einer! Jetzt sind sie von der anderen Seite! Da ist einer! Hau ins Haus rein! Ich geh jetzt da rein! Jetzt gibt's Stress! Jetzt gibt's Stress aus der Schweiz! Aus der Schweiz, ja! Oh! Open the door! Uh! Aber nicht zufälligerweise mit F-Taste! Movement and Action! Wo ist jetzt der Schlawine? Hat sich verdrückt! Hm! Glück für ihn! Oh! Da kommt er! Ja! Du hast dich selbst getötet! Irgendwie nicht, ne? Hm! Fail! Ich hab mich... Hier steht ab, du hast dich selbst getötet! BAM! Bitches! BAM! Eigentlich nur Bitch! War nur einer! Oder eine! Egal! Post! Hauptsache... Die Granate hat reingefetzt! Ja! Hauptsache das! I saved your ass, Bro! Ich hab... Ich hoffe, mein Mikrofon übersteuert! Nicht so... Irgendwie hat's... Letztes ein paar Mal... Als ich so rumgekreischt hab... Irgendwie... Voll übersteuert! Okay! Ganze Aufnahme im Arsch! Hier kommt doch einer! Ja, die kommen da auf eine andere Brücke! Hä, wer schießt hier in die Mauer? Ja, aber noch eine Minute! Komm schon, Leute! Das... Packen wir! Holy Shit! Gut, ja... Oh! Fuck! Danke! 19 Sekunden! Komm schon, ich will spawnen! Ich will spawnen! Ich will spawnen! 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 Schneller! Los! Spawnen schneller! Los! Los! Danke! Komm schon, das... Das schaffen wir jetzt! Ja! Tschüss! Tschüss! Win-A-Mission! Ich bin positiv! Ich bin... Yeah! Ich bin positiv! 4-2! Yeah! High-Fa-Positiv! Yeah! Ja, das Team war nice! Können wir noch mal spielen! Sicher! Wo bist du gerade, mein Sonnenlicht? Ähm... Wo bist du gerade, mein Sonnenlicht? Äh... Wer hat mein Sonnenlicht nie gehört? Egal! Ähm... Ich bin hier am Auto! So! Baaah! Baaah! Ähm... You shall not pass! Was? Ich bin hier! Ah, da! Hint! Uh! Close! Warte, ich muss... Äh... Mail lesen! Hast du gerade auch zwei wieder bekommen? Ich nur eine! Niemand mag mich! Wow! Tutorial complete! Move me and action! Ein Auto! Was? Ich habe ein Auto bekommen! Viel Supplier! Was noch? Nehm! Ich habe viel Supplier bekommen! Was ist das? Das habe ich schon lange! Das habe ich schon lange! Ich kann die Mail ich löschen! Man! Ah, jetzt! Warte, dann will ich das neue Auto mal gleich angucken! Ich habe viel Supplier schon! Ich habe das auch schon! Das bekommt man schon ganz am Anfang! Ähm, wie hieß das Teil? Ich habe das nochmal bekommen! Mal gucken, was das für ein scheiß Auto ist! Warte, ich will es auch sehen! Hm! Will auch gucken! Ist jetzt nicht gerade die Welt? Sag mal her! Ja! Äh! Nein! Einen geilen Wagen! Ja! Geil langsam, ne! Hm! Mamamum! Alter! Da ziehst du hier einen Lamborghini ab mit! Hahaha! Ich schieb mir an, ne! Okay! Ich bin also frei! Um, um, um! Das ist noch langsamer als mein Ford Focus, den ich als erstes Auto hatte! Das ist scheiße langsam, ja! Alter, komm, hopp rein! Wir fahren! Und drück auf K! Ja! Ja! Sicher! Sicher nicht, Alter! Ja, du hast also gleiche Wagen gehabt wie du! Ja, der weiß halt, was ein geiles Auto ist! Warum zum Geil bist du bei mir nackt? Also du hast nur eine Unterhose an! Hahaha! Was hast du gemacht? Äh, irgendwie nicht, ne! Ich hab bei mir... Bei mir also nur eine Unterhose an! Hahaha! Kannst du im Video schauen! Ich hab... Ich hab ein T-Shirt an meinen Standard-Skin! Ich immer an! Okay, wenn du was sagst! Also vielleicht fahr ich einfach gern nackig Auto, aber... Hahaha! Aber bei mir hab ich was an! Hahaha! Oh mein Gott! Ja, er hat bestimmt irgendeinen Porno-Mod! Hahaha! Oh mein Gott! Ja! Der Martin wird sich wahrscheinlich irgendeinen Porno-Mod installiert haben, damit er alle nackt sieht! Äh, ja, ja! Passt schon! Hahaha! Perversling! Oh mein Gott! Ja, er darf dann langsam mal eine Mission kommen! Ja! Wär auf jeden Fall gescheit! Man, ich seh nicht wie viele Gangster wir sind, weil meine FPS-Zahl drüber ist! Ähm, also 45 Gangster und 44 Cops! Gangster sind wir! Gangster! Ja! Gangster-Wangster-Ghetto-Kids! Böse Menschen! Oh, nice! Danke! Böse Menschen! Böse Menschen! Böse Menschen! Böse Menschen! Holy fuck! Ich mache gerne Sachen scharf! Ich bin scharf! Baaas! Was? Oh, Polizisten! Bestimmt 100 Goldene! Äh, nehmen wir an! Nehmen wir an! Ich... Ich chill's mal hier auf dem Dach! Es irritiert mich leicht, dass du nackt bist! Äh... Someone's coming there! Okay, ich bin gleich soweit! Moment! Moment! Und hab's! Well done! Hopp! Rinn! Ähm... Weg hier! Fuck! Oh, zum Glück hat der keine APG, Alter! Sonst wären wir jetzt... wären wir jetzt Apfelmus! Ja, das wären wir! Hihihi! Ja, schieß auf mein Auto, Alter! Oh! Das hat übelst reingefetzt! Was? Nicht gedacht, dass das so reinfetzt! Ja, guck mal meine Seite an! Ach so! Oh mein... Oh mein... Oh mein Güttnis! Hm! Oh, da ist schon einer! Da ist wer! Steig aus der Karre aus! Ich schwimme bestimmt gegen zwei Goldene, sehe ich das richtig? Ja, sehe ich das richtig!